So, da sind wir wieder zurück mit Video Nummer 2. Ich mache jetzt wirklich drei Videos draus. Im ersten waren alle Infos über den März kurz zusammengefasst. Kurz, in neun Minuten. Jetzt mal direkt ein Video nur zum Community Day im März, damit ich die separat dann immer mal schalten kann, wenn jemand Fragen dazu hat. Sandan und Alola Sandan wird der Community Day im März sein. Viele werden das Pokémon natürlich feiern, die sehen auch übelst genial aus, sind auch nützlich in GBL, ne, in diversen Ligen, welche könnt ihr ja reinschreiben. Der Community Day wird wieder am Sonntag stattfinden, von 11 bis 17 Uhr am 13. März. Habt ihr schon ein Shiny Sandan? Das war eines der coolsten Shinies damals, die man haben konnte, durch dieses Minzgrün oder was auch immer. Alola Sandan, dann Alolas, ah, das war auch immer so eine Sache, ne, musste man dann immer brüten, waren seltener bei diversen Events dann wild. Jetzt werden die hier wieder reingepackt, aber wie? Die werden ja jetzt nicht beide mitten da in der Öffentlichkeit erscheinen, oder? Trainer beim Community Day im März dreht sich alles um die Maus-Pokémon Sandan und Alola Sandan. Sandan und Alola Sandan erscheinen häufiger in der Wildnis. Mit etwas Glück begegnet es sogar einem schillernden Exemplar. Ja, also, man kann es ja bei einem Pokémon, das manchmal auch gebrütet werden musste, um das Baby zu kriegen, oder andere Formen in die Raids gepackt wurden. Laut diesem Text erscheinen die wirklich beide wild. Da sitzt dann einfach ein gelbes und ein weißes in der Gegend rum. Wäre auf jeden Fall cool, gab es, meiner Meinung nach, so noch nicht. Also, wie findet ihr das Pokémon? Schreibt es mir rein. Braucht ihr noch das Shiny? Es ist jetzt nichts Neues. Aber es bekommt natürlich wieder eine besondere Attacke. Exklusiv-Attacke, bei jedem ist das hier anders. Sandan, entwickelt ihr ein normales Sandan. Also, während dem Event oder bis zu zwei Stunden danach, bis 19 Uhr habt ihr Zeit, gibt es die Attacke Nachthieb. Nachthieb! Hey! 50 Schaden bei Trainerkämpfen, 50 Schaden bei Arena-Kämpfen oder Raid-Kämpfen. Habe ich absolut keine Ahnung von. Ich habe noch nie mit Sandan gespielt. Ich habe auch, glaube ich, noch nie eins als Gegner gehabt oder gesehen. Nein. Alola-Sandana hingegen, so eismäßig, kriegt eine Geist-Attacke. Es bekommt die Sofort-Attacke Dunkelklaue. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, warum nicht? 6 Schaden bei Trainerkämpfen und 9 Schaden bei Arena-Kämpfen. Ist halt jetzt nicht, es ist halt alles nicht Raid-relevant, ne. Ich stehe eher auf Pokémon wie Lavitar oder Kaumalad, die du dann reinpackst und auch raidest. Da wohl Kaumalad als Knackrake ja auch in der GBL relevant ist mit seinen Attacken. Das wird jetzt nur GBL-relevant sein. Trotzdem können sich Leute da ein schönes Team zusammenstellen, auf die PVP-GBL-relevante EV mitnehmen und da sicherlich ihr Team verstärken. Oder wer eh schon mit Sandama kämpft in der GBL, sich jetzt vielleicht über die Attacken freuen, weil die nochmal den Gegner überraschen werden, ein breiteres Spektrum da aufbauen. Was gibt es ansonsten noch für Boni? Wichtig ist die Spezialforschung. Kostet 1 Euro, nehme ich jedes Mal mit. Egal was da drin ist. Ich will gar nicht wissen, was drin ist. Ich nehme die eh mit. Ich finde es schön, wenn du da immer ein paar Aufgaben hast, die du bearbeiten kannst, ein paar Entlohnungen bekommst dafür. Sollte sich jeder gönnen, einmal im Monat diese Spezialforschung. Diesmal unter dem Thema Sand und Schnee. Was auch total dazu passt. Event Boni. Eier, die während des Events in eine Ei-Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen viermal so schnell. Ist für mich, falls ich streame von hier also jetzt nicht so relevant, Log-Module drei Stunden, Rauch drei Stunden, sind wir mittlerweile ja gewohnt. Macht während des Community Days ein paar Schnappschüsse. Eine Überraschung, könnt ihr euch erwarten. Die vergesse ich so gut wie immer, Schnappschüsse zu machen. Und auch bei der Joto-Tour habe ich wirklich nicht wissentlich, absichtlich Schnappschüsse gemacht. Einmal vielleicht, weil man ja so Ikun und so fotografieren musste, hin und her, dass da vielleicht auch mal was bei rausgekommen ist. Aber ansonsten Schnappschüsse habe ich, seitdem ich das auf Gold habe, Gold, Platin, wie weit geht ihr eigentlich, nicht mehr gemacht. Aber solange da nichts Interessantes drin ist, außer dass dann das Sea-Day-Pokémon wiederkommt, brauche ich das nicht. Wenn da wieder jetzt ein Rotom oder so drin ist, würde ich auch wieder Schnappschüsse machen. Ansonsten gibt es hier neue Sticker. Vier Stück, so wie es aussieht. Die sehen auf jeden Fall knuffig aus. Guckt euch die doch mal an, wie die da miteinander spielen. Und dann waren das eigentlich schon kurz die Infos für den nächsten Sea-Day. Freut ihr euch auf den Sea-Day? Das Bild sieht auf jeden Fall hammerhart aus. Finde ich genial. Sehr schönes Bild. Und theoretisch vier Shinies. Wenn man es so nimmt, man hat ja Pokémon, die man zweimal entwickelt hat. Drei. Jetzt habt ihr zwei verschiedene Pokémon, die zwei verschiedene Shinies haben und beide entwickelbar sind. Also habt ihr vier Shinies. Ich brauche sie nicht. Ich habe sie schon alle. Trotzdem XL sammeln, Spaß haben, rumhängen, chillen mit euch. Wird auf jeden Fall eine fette Sache. Schreibt mal eure Meinung rein. Freut ihr euch auf den Day? Was ist euer Ziel an dem Day? Werdet euch wieder das Ticket gönnen? Spielt ihr oft GBL und habt ihr schon mit Zandarma gekämpft? Oder seht oft Zandarma in der GBL? Was ist eure Meinung? Wir sehen uns gleich noch bei dem Video zu dem Event, was morgen startet und was morgen überhaupt alles spawnt. Weil sie jetzt wirklich einfach alles um sieben raushauen und nicht unter Zeitdruck stehe, dass ich dann chill mit Ramses noch machen kann. Ciao.